überarbeiten na du scheiß elefant hallo manchmal frage ich mich wie es keiner so dann privat drauf ist und ich stelle mir vor wie sein verlobt allein schon der antrag so willst du mich heiraten Prozent die Person mit ihnen hallo ich hab' Multikill gemacht ja ich schaff' das allein nein das war ein Triple Kill das war ein Entschuldigung Teamkeller Monster Kill es wird mir leid bringt einfach meine Kinder um es wäre einfach cool gewesen wenn Kabuto mitgestorben wäre das wäre so ein Svordra Kill einfach geworden Leute alles muss ich alleine machen also schade ist ich weiß schon was ich nix ohne töten werde ich werd nix ohne töten hallo konzentriert euch bitte auf das Haupt-Pokémon ja also ja es wird hier ich werde Matisse sowas von töten es gibt jetzt hier kein Friendly Fire mhm wie versteckt sich ein selenofant im Kirschbaum? malt ihre Nägel an rot an und versteckt sich dann im Baum das ergibt gar keinen Sinn doch das ist das so funktioniert weil dann bist du in den Fingernägel und jeder denkt dass die Fingernägel Kirschen sind und dann zieht dich keiner Kirschen ergibt trotzdem keinen Sinn was lasst du da heute schon wieder? Mann ey daraus müsste man Kinderbücher schri- für mich an Rage Quitter also die ganze Rage Quitter NEIN voll gerne Matti NEIN geht doch danke voll gerne ähh Nick ey es ist ja nicht so dass ich seit zwei Runden keine Items habe ja ich auch nicht hallo wenn ihr ich hatte jetzt zum ersten mal ein Item die anderen wurden mir alle von allen anderen geklaut die vor mir gefahren sind und einmal vorm Blitz ach Gott sei Dank ich bin so dumm man war ja Bist du gegen die Bombe gefahren? Matti ich bin Butter gefahren also bitte ehrlich Haribo war kein Mod den ich vergraut habe Haribo war ein Undercoveragent den ich bei dir einschleusen wollte und mir den hallo Konkurrenz ausschalten und so schon mal daran gedacht ja klar dann hat Haribo dich getimeoutet ja ich hab nicht gesagt dass er gut in seinem Shop ist brauchen Inspiration für die nächsten Tage äh wir hatten einen Udlauchlauf nicht heute gestern heute gab es ähm keine Ahnung was war das sag ich doch Pikachu und Salat ich hab Salat dazu geschnibbelt es war Tomate und Gurke und Paprika abbring kann so ein halb gerade sind so ich kann nicht sagen was sollst du nicht sagen hey voll gerne alles hier ist handgemacht wenn ich was ist okay ist okay voll gerne ich kann das nicht es ist so frischbar hallo das müssen wir dachten genügt du musst nicht lange raten na ich seid bei Nacht ja das dann kriege ich vielleicht ich werde Grasierer ausmachen danke wir haben noch ein paar deswegen ist es nicht so schlimm ich bin ich recht zu sagen voll ey das hat mich so schockiert ey nein links links sind zwei ich bin der unfähigste Mensch der Welt Fufu hat mich gekeilt und ich hatte eigentlich 30 Möglichkeiten ihn dann von 30 Sekunden kaputt zu machen ich habe keine genutzt weil ich doof bin ja das ist vielleicht das brennt das zu man muss sagen die Gegend hier ist echt laut also entweder hört man Sirenen, Eismagen oder Indianer also sind halt Dinge also sind halt Dinge die da fragt man auch nicht nach wenn du eine Wohnung einziehst du ziehst in eine Wohnung ein und dann fragt man nicht so her ist die hört man wohnen in der Nähe Diana oder so oder gibt es hier einen Eisverkäufer der umher fährt oder sowas fragt man ja kann ich das.. Ja mach noch umas Graun 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 Habt ich gut Haribo ni is die Pokemon an Was? Was? Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Aber es macht auch Sinn. Halt den Telefon! Oh, nicht wieder. Boah! So, Harry liegt im Sterben. Aber Hauptsache, nochmal so im Spruch bringen. Also, Matti, was ich dir noch sagen wollte. Meine Insel war wunderschön. Das wäre schon so ein glücklicher Harrybo. Ah, das war schön. Harrybos letzten Wort. Seine Insel war wunderschön. Schriftliches Existenz wird nach und nach von Fritsch ausgelöscht. Das wäre voll gemein, ey. Ich starte eine Petition. Wobei das wahrscheinlich als grausame Metapher wäre für den Klimawandel, ne? Der Pinguin auf der Twitch-Eisscholle. Der langsam aber sicher schmilzt. Ich finde, ich finde, da müssen wir was machen. Da, da müssen wir was machen. Rettet, rettet den Pinguin. Kauft ihn ein Boot. Das stimmt. Ja, ich, 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 voll für, würde ich jetzt nicht, sehr, weil, ja, klimatechnisch schronen. Sondern dann schütze die Palme und den Pinguin hätten. Hahaha. Haha. So. So, kurz bevor der Skylar geht. Noch einmal der wird was Harrybo und dann, auf... mann ich dachte ich habe keine tüte mehr ich mache es mir nicht selbst also also den abwarten habe ich mir nicht selbst ich hätte auch gestikulieren können und vielleicht nennt man das gebergen werden gebärten gebärtig ich bin ein mann ist gebärt so hätte ich hätte ich glaube ich in der camp sein komplizieren können und ihm dann halt antworten zwei glaube ich clever gewesen habe ich aber nicht gemacht weil ich nicht kann ich glaube ich weiß ich wahrscheinlich gar nicht sagen dass es versucht das sexy zu sein ich glaube ich ich würde es wahrscheinlich eher so mehr so oft also ich so ich meine wisst ihr wer noch wenn man den selben gesichtsausdruck hat mund offen und rum schön zombies schmeckt als wäre das einfach ein milch mit viel zucker ich liebe meine ich benutze diese von Du wirst? Hahaha Hahaha No problems for you Nooo No 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 lie Thank you so much Thank you so much You saved my life Ah Come Nein Hahaha Fuck Ja also irgendwo mag ich auch beides Hunde mag ich und Katzen sind auch sehr lecker Also von daher Ich möchte aber einmal festhalten Dass Selina die Leitkuh Im Sinne von Leiten ist nicht Dass sie etwas leitet So als Anführung Sondern mehr Strom leiten Sie ist mehr so Sie ist mehr so Ein Leitungswerk so Durchfliegen Nur für dich Ja 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 Ich auch Hahahaha 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 Und ich sitze da nur und denke mir Wo ist meine Cola Na gut okay Weil ich glaube generell sind Asiaten untereinander Da mögen sich nicht Das liegt ja zum Beispiel Deswegen sind Asiaten meistens Einzelgänger Asiaten sind so Einzelgängerhaft Die haben sogar Korea aufgeteilt Damit sie alleine sind Asiaten sind wie Skorpionen Ich habe keine Ahnung ob Skorpionen Einzelgänger sind Das kam jetzt voll Ungern Sagen wir Sagen wir Asiaten sind keine Skorpionen Sondern mehr so wie Wie Haie Stellt euch mal so einen einsamen Haie vor Mich hatte auch Die Nase geblendet Und die Sonne gejuckt Solche Probleme habe ich auch Stören jedes Mal Wenn ich dann noch Die Allergiestoße Und die C-Zeit Dann dann Dreh ich durch ey Ich hätte vielleicht sein sollen Der C hat gejuckt Und die Nase gestoßen Das wäre logischer gewesen Alles andere klang dumm Aber ich war nicht so schlecht Bin nicht so schlagfertig Hat man ja in Smash gesehen Marzipan kommt für den Bauch Ich glaube an anderen Stellen Können wir das Malzpaste 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 Ach Malzpaste Achso ich habe das so Ich das war so weit weg Und so Vielleicht Achso jetzt bin ich in Werder so Jetzt Jetzt würde ich Malzpaste Malzpaste Das sollte wieder richtig hinsetzen So sehe ich nichts Nur dass ich das nur mitbekommen habe Upsi Wie hättest du den Satz beendet Na ja Marzipan gehört ja in den Bauch Alles andere wäre nicht oben gewesen Ne also ich habe es ja ganz einfach Also ich sitze hier einfach ohne Hose Ich habe hier in den Eimer stehen Also von daher Das geht dann einfach Das brauche ich nicht Das geht einfach Der Mom muss ja auch nicht aufs Klo gehen Einfach Rein da Und nach dem Stream wird der Eimer entleert Easy So machen das wahre Gamer So machen das wahre Gamer So machen das wahre Gamer